Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin bei der Bundeswehr, weil ich der Meinung bin, jeder sonst an Land verteidigen kann. Boah, die Mesh hier wohnt immer länger. Erst 10, dann 20, dann 30 Kilometer. Aber jetzt stecke ich das locker weg. Das war sehr skeptisch, aber im Endeffekt ist es eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Rufen Sie jetzt an!